Guten Tag meine lieben Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie ihr bereits sehen könnt, von einer App. Und zwar stelle ich euch heute die App Goldesel vor. Ja, diese App ist eine Money-App, mit der man mit Video anschauen oder Apps herunterladen und öffnen Geld verdienen kann. Es gibt Credits, je nachdem was man macht, täglicher Check-In, heißt jetzt plus 10 Credits, da geht man drauf. So, jetzt habe ich plus 10 Credits gekriegt. Jetzt habe ich 483 Credits. So, jetzt beantworte ich einfach die Quizfragen, denn würde ich jetzt, wenn ich die Quizfragen beantworte und die Fragen, also die Aufgabe mache, würde ich 870 Credits bekommen. Das ist nicht viel, aber würde ich jetzt hierauf gehen, Freunde einladen, würde ich pro Freund, der eingeladen wird, pro Freund. 1000 Credits kriegen. Heißt, hier, wir haben hier einmal die Auszahlung bei 17.000 Credits und in 25 Euro bei 27.000 Credits und 50 Euro bei 54 Credits. Es gibt aber auch noch eine iTunes-Geschenkkarte im Wert von 15 Euro bei 17.000 Credits, 25 Euro bei 27 Credits und 50 Euro bei 54 Credits und so weiter. Also, es ist schon eine tolle App, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch Folgendes entdeckt, und zwar gibt es hier noch eine Spiele-Funktion, da kann man einstellen, wie viel Credits man haben will. Dann machen wir einfach Zahl zum Beispiel, zack, plus 100 Credits. Gehen wir wieder auf 100 Credits, haben wir ein paar Credits verdient, jetzt haben wir 683 Credits. Und so können wir das immer wieder weitermachen. Hier haben wir noch einmal die verschiedenen Kategorien. App installieren gibt es 12 Angebote. Umfrageteiligen gibt es ein Angebot. Gewinnspiele gibt es 4 Angebote. Und Geld-Zurück-Aktion gibt es ein Angebot. Soviel schon mal von der App Goldesel. Jetzt gehen wir einmal auf YouTube, weil ich will einmal noch für euch einen YouTube-Kanal vorstellen. Und zwar von meinem YouTube-Partner. Und zwar heißt der Kanal von ihm, Franke Dominik, heißt der. Ja, das ist er. Er macht täglich geile Livestreams. Er macht dann zwischen 2 Minuten und 10 Minuten. Macht auch total gute Videos, muss ich echt sagen. Lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Also am besten auf die Glocke gehen und abonnieren. Und dann werdet ihr über jedes neue Video auf seinem Kanal benachrichtigt. Ja. Gut. Dann war es das mit dem Video heute. Da würde ich mich über eine positive Bewertung auf das letzte Video und auf dieses Video freuen. Und bis zum nächsten Video. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.